Der zentrale Omnibusbahnhof in Berlin ist neben dem in Hamburg der älteste in Deutschland und aufgrund seiner Geschichte trotzdem der größte und besten ausgebauteste. Erreichen könnt ihr den ZOB mit den Bussen M49, X34, 104, 218 sowie der U2. Darüber hinaus könnt ihr auch mit der Ringbahn am ZOB Messe Nord ICC aussteigen. Wenn ihr jemanden abholt oder nur kurz hinbringt, eignet sich auch der Parkplatz direkt neben dem ZOB. Könnt ihr für 50 Cent eine halbe Stunde parken. Wenn es schnell gehen muss, findet ihr auch den Taxistand direkt neben dem Bahnhof. Ähnlich wie am Flughafen, findet ihr in übersichtlichen Anzeigetafeln alle Abfahrten und Ankünfte. Darüber hinaus gibt es auch Ansagen, wenn die Busse einfahren. Wenn ihr nur auf einer Tagestour seid oder kurz was einschließen müsst, findet ihr auch eine große Anzahl an Schließfächern. Die großen Busunternehmen wie Main-Bermbus, Touring, Berlin-Linienbus haben eigene Containernverkaufstellen am ZOB. Darüber hinaus gibt es Warteräume, öffentliche, in denen ihr euch bis zur Auffahrt, bis zur Auffahrt, bis zur Auffahrt kommt.